Hallo zusammen, in dem Video zeige ich euch, wie man ein Word-In erstellt, das man hier in Word hat, als Rippenbar, oben bei Add-Ins sieht man das normalerweise, und dann sieht man, also in diesem Fall hier ein Word-Dokument, sieht man schon links, da ist ein schöner Save-Button, das ich mir erstellt habe, und da schreibt man eigene Computer-Funktionen rein, die man öfters braucht, was man normalerweise ja als Word-Makro hat, kann man hier reinstellen. Okay, zeige ich euch das mal. Erstmal muss man Visual Studio starten, weil das Ganze läuft da drauf, und Visual Studio kann man die Visual Studio Community Edition nehmen, 2010, die ist los, und man kann natürlich auch diese Express-Versionen nehmen, von früher, von 2010 bis 2016. Und wenn man ein neues Projekt erstellt, dann kann man hier auf Office Sharepoint gehen und sieht diese VSTO-Add-Ins, und ich glaube Visual Studio to Office Add-Ins heißen die, ich bin mir nicht ganz sicher. Und man sieht dann hier diese Word-Einbindungen als Word-Vorlage, Add-In und als Word-Document. Wir fangen an mit Word-Add-In. Und das gibt es in verschiedenen Versionen, von Word 2010 bis 2013. Natürlich ist das immer Upgrade fähig, das heißt die untere kann man auch oben benutzen. Und mit diesen, wenn man diese Visual Studio Add-In jetzt hier verwenden, dann kann man hier quasi Code reinschreiben, das in der Rippenbar ist. Man kann aber auch hier Code reinschreiben für diese Word-Web-Add-Ins. Und die Web-Add-Ins sind aber nicht ganz so umfangreich, die kann man über den Store dann quasi dazu laden. Deswegen nehmen wir mal diese VSTO-Add-Ins. Und im Standard sieht man diese Funktionen, diese Templates, Office Sharepoint sieht man im Standard nicht. Man muss es erst, wenn man so Projekte erstellt, erst die Developer Tools laden. Da habe ich einen Link dazu auf meiner Seite. Microsoft Office Developer Tools. Die muss man installieren. Dann sind diese Vorlagen drin. Hier geht Office Developer Tools. Dann ist das eigentlich mit drin. So, die muss man reinladen. Und dann sieht man, wie gesagt, hier diese Web-Add-Ins und die VSTO-Add-Ins. Okay, weiter. Dann erstellen wir mal das Projekt. Geben wir dem ganzen Ding den Namen. Sagen wir, wird Demo-Add-In 01 für jetzt. In meinem aktuellen Ordner. Und wenn man dann angefangen hat, dann kommt der erste Block auf. Das heißt, this-add-in.cs. Das ist die CS-Code, also C-Sharp-Code. Und dann, wenn man ein bisschen mehr sieht, machen wir den Solution Explorer mit auf. Und dann sieht man diesen Word-Block und diesen Code von der, vom Ribbon Bar. Und zwar die Ribbon Bar, wenn die geöffnet wird, dann kann man quasi bei diesen Dings eine Start-Funktion reinmachen und eine Shutdown-Funktion. Also für die Gruppe zum Beispiel Sonder-Funktionen reinstellen. Oder wenn man, also wenn man alleine ist, braucht man es nicht unbedingt, aber man kann halt zusätzlich Code für eine Abteilung oder so reinmachen. Je nach User. So, und dann gehen wir hier oben auf das Projekt und im Projekt sagen wir Add oder hinzufügen. New Item, neues Element. Und da man das installiert hat, gehen wir jetzt auf Links bei den Installation, gehen wir auf Office Sharepoint Elemente. Die sind natürlich bei VSTO dann mit drin. Und dann haben wir Menubar Visual Designer und Menubar im XML. Und wer schon mal WPF oder Universal Windows Plattform oder XML gemacht hat, der kann das XML nehmen. Wie gesagt, ansonsten eine grafische Programmierung. Dann starten wir mal mit dem. Jetzt sieht man gleich so eine Ribbon Bar, die man da drin hat. Die ist grafisch gestaltet. Und die ist am Anfang Blanco. Und jetzt öffnen wir die Toolbox. Und auch hier haben wir diese Office Ribbon Controls als Gruppe drin. Und dann nehmen wir jetzt einen Button. Standard Button. Hier haben wir einen Button. Drop den mit rein. Dann rechte Maustaste. Properties sind die Eigenschaften. Da sagen wir erstmal eine Überschrift. Sagen wir mal Save as PDF. Und dann wollen wir, dass diese größere Größe hat. Control Size sagen wir als großer Button am Standard zum Anfangen. Und dann kann man noch ein schönes Bildchen machen. Und bei den Bildchen, da ist es so. Die kommen aus einer Word schon aus einer Tabelle ermitteln. Muss man aber nicht. Ansonsten haben wir halt selber geladene Buttons. Die Liste gibt es als Word Controls. Die gibt es auch im Internet. Da ist auch ein Link mit drauf. Wenn ich jetzt sage, suche PDF. Dann kann ich so einen Begriff hier nehmen. File Save as PDF or XPS. Doppelklick nehme ich das. So und jetzt lege ich das hier mit rein. Bei Office Image ID. Ist ja eindeutig. Und wie gesagt, die Excel Datei, die ist auch im Download. Und der Link ist auf meiner Blogseite. Da könnt ihr ihn verwenden oder auch nicht. Mal schauen. Das brauchen wir nicht. So und jetzt gehen wir. Haben wir die Größe. Wir haben. Jetzt gehen wir auf den Event. Es gibt den Event da oben. Mit dem wird entweder ein paar Doppelklick. Oder nehmen wir das einfach den Klick Event. Und so einen Namen wird man vielleicht nur vergäben, dass der mal eindeutig ist. Unter bei Name. Sondern wir sagen. Btn für Button. PDF. Oder Btn. Save as PDF. Ohne Leerzeichen. Unterstrich. Gehen wir auf den Event. Man hat hier einen Doppelklick. Dann wird dieser Event erstellt. Der Event passiert dann, wenn man dann da drauf klickt. So jetzt geht es weiter. Damit wir das Ereignis ausführen können. Da was programmieren können. Nehmen wir mal ein bisschen Code als Vorlage. Damit wir nicht alles von Hand schreiben müssen. Auch auf diesem Blog, den ich da drin habe. Wir brauchen ein klein bisschen Code. Wir müssen zuerst mal hier diesen kleinen Using Code mit reinnehmen. Using ist quasi eine Art Namespace. Was kann man reinschreiben? Wenn man das reinnimmt. Da steht drinnen in C-Sharp. Da heißt es Using. Da steht die Rippenbar. Damit man überhaupt Rippenbar hat. Und die Interop Word. Das ist diese VSTO. Das sind die Codes, die man für Word hat. Also alle Objekte und sowas. Dann nehmen wir den Rechner mit raus. Ich habe dieses PDF schon vorbereitet. Als kleines Beispiel. Dann kann man zuerst mal ermitteln. Diesen Desktop-Folder. Wir sind jetzt auf Visual Studio. Aber den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir erstellen zuerst mal ein aktuelles Word-Dokument. Und das machen wir hier, dass man sagt. Also was ist mein aktuelles? Active-Dokument heißt es ja normalerweise in Word-Makro. Wir sagen Word-Dokument-Doc. Global-Add-Ins-Application. Jetzt Punkt. Active-Dokument. Das ist gerade geöffnet. Unter diesen Rippenbar. Und jetzt von dem Doc kann man sagen Doc Punkt. Und da sieht man ja schon Pass und Full Pass. Und da kann man jetzt sagen, mein gesamter Pfad ist mein gesamtes Folgen Pfad. Plus das File-Dokument mit Backslash Backslash ist ein Backslash und Punkt PDF. So und da kann man jetzt sagen, Dokument mache irgendwas und diese Funktion als PDF speichern. Dann haben wir, wo haben wir es denn? Save as. Es heißt nicht Save as, sondern... Naja, ich habe es unten ja schon mit reingeschrieben. Hier Export as Fixed Format. Das heißt auch Open Document oder wie gesagt hier PDF. Hier das mit dem PDF rein. Ich habe es auf die Klammer, diese ganze Parameter. Zuerst kommt der Pfad mit rein. Dann kommt als PDF und Open After Export heißt, dass es danach nochmal offen hat. So, jetzt starten wir das Ganze mal in Debug-Mode. Ganz oben einfach Start drücken. Jetzt geht Word gleich auf. Dann machen wir ein neues Word-Dokument auf. Irgendeins. Word-Demo mit Add-Ins. Und jetzt speichern wir das einmal. Weil dann, wenn man es als PDF speichern kann, muss man erstmal normal gespeichert habe. Ich gehe mal auf den Desktop, auf meinen Demo-Ort. Wenn man meine Demos drin hat, wird... So, dann speichern wir es mal rein. Und jetzt gehe ich oben auf Add-Ins. Und in Add-Ins habe ich jetzt meinen Save-to-PDF. Der ist schon zweimal da, weil ich vorher schon mal programmiert habe. Und der macht das nicht vom Rumpf an. Kann er auch. Aber in dem Fall fügt er es einfach, attach das nach rechts hin. Also wenn man mehrere Add-Ins hat, dann attach das halt nach rechts. Und jetzt sehe ich hier gleich mein in PDF, nachdem ich es ausgehört habe, mein Zeugs. Wenn ich draufklickt habe und es habe es. Und anschließend kann man die Funktion auch in Datei-Explorer angucken. Und wichtig ist mir jetzt, wie gesagt, dabei, dass man einen Zugriff gemacht hat. In einem Rippenbar, den ihr selber programmieren könnt. Hier seht ihr die zwei Dateien. Und dann haben wir hier natürlich das Word-Demo-at-docx.pdf. Kann man natürlich optimieren vom Code. Und diesen Code findet ihr alles auf meinem Blog, wenn ihr wollt. Und da ist ein Link mit drauf und den könnt ihr verwenden. Und eure eigene Rippenbar erstellen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr ein Like oder eine Subscription hier mit drauf setzen. Und ich mache auch die anderen Demos mit rein, wie man ein Word-Add-In programmiert. Und wie gesagt, man kann hier so eigene Funktionen schreiben mit dem Word-Add-In. Die dann ein bisschen besser sind für eine kleine Gruppe. Also wenn man im Büro arbeitet, kann man Zusatzfunktionen reinmachen. Oder für sich selber, für eine Einzelanwendung, Funktionen, die man sehr oft braucht. Und dann kann man auf Visual Studio, kann man natürlich auch nicht nur auf die Word-Funktionen verwenden, sondern auch auf die Image-Funktionen und auf die Web-Funktionen. Und somit wesentlich mehr Sachen mit reinbringen. Und wenn es eine Quelle hat, haut ein Subscribe auf. Dann geht' auf. Untertitelung des ZDF, 2020